Hallo, mein Name ist Jenny Elfers. Ich bin 49 Jahre alt und mich kennt man aus Funk-Fernsehen von überall her. Die Siegerin von Promi Big Brother ist Jenny. Und ja, aus vielen bunten Blättchen bin ich auch noch bekannt. Also ich bin ja jetzt erst angekommen, weil da ist ja so eine bescheuerte weltweite Pandemie unterwegs, mitten am Corona. Und mir schlug der Test auf einmal positiv an. Das war wirklich, ja, schon eine Challenge überhaupt hierher zu kommen. Ich habe gehört, hier ist noch ein Bett frei. Wenn sich die anderen gedacht haben, ach, juhu, da können wir schon mal unsere Klamotten auf deren Bett packen, da kommt ja keiner mehr. Es gibt bestimmt einige, die sagen, Gott, die Elfers. Und dann bin ich natürlich auch Konkurrenz. Scheiße, noch eine mehr. Ich hoffe, dass wenigstens eine Person da mal ist, die ich mag. Man weiß es ja nicht. Gott, steh mal vor, da sind alles nur Leute, wo du denkst, oh bitte nicht. So richtige Hohlbratzen. Oh bitte nicht, ey. Okay.